Hallöchen Ulfing und willkommen zu einer Runde Mario Kart, wie ihr schon im Titel gelesen habt. Ich war mit dem Nico heute in einem Arcade-Laden, der hier um der Ecke ist. Und ich weiß nicht, das hat so Spaß gemacht, mit dem eine Runde Mario Kart zu spielen, dass ich mir dachte, ich lade das einfach mal hoch und... Ja, wenn es euch gefällt, gebt doch ein Däubchen nach oben und viel Spaß mit der Runde Mario Kart! Eichko Title Eichko ugandere! Eichko cancer! Eichko! Eichko! Und jetzt bringe die Bauchung! Der Bebellen direkt an den EDRW-EGEN! Keinexl-EGEN! Gernexl-EGEN! 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 Ich hab noch nie gehört! Dasaccord ist so ein Siegel. Er hat eine Bedeutung für die Heimat. Die Bedeutung der Bausten! Baaai! Noch eins? Ich hab gewonnen! Einmal, oder? Ja, einmal rein. Ich bin ein wenig froh über das Frischei. 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 Wie driftet man jetzt? Indem nur einmal Frischei dann. Einmal nur antippen. Nicht gedrückt sein, antippen. Bei den anderen Dingern kann man das übrigens auch zu acht spielen. Also so in Aki und so weiter. Das war ein riesen Spaß. Das müssen wir machen. Dann brauchen wir noch mehr Kameras. Ich will mehr FK teilen in Deutschland. Ja! Ich bin... Mirabe, ich bin minimize für unsere educación. Le". Ich bin� şeyler. Ich bin issu aber müssen jetzt kurz reisen. Denn das sind dieu, die da gesch cuid üç Pedro. Ich bin was abonnt ich mich ihr contracept haben gemacht! Es sind dieu گervScarsück in Deutschland roh, ich schnau frage das sie es Item. will la Hand Attack r Extra moment nicht verknut. Einmal, oder? Kannst du mir das? Das war's für heute. Achtung! Die Weltanlage des All-Uns! Die Weltanlage von Schwabung! Nein! 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 Die Weltanlage des All-Uns! Die Weltanlage des All-Uns! Flau! 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 Ich hab gewonnen! Willst du eine Revanche? Willst du gewinnen? Ich habe die Revanche mit dem Video hoch. Ich glaube man, da steht noch nichts. Scheißegal! Ich bin übrigens vor das Kiege weglenkt wieder geil. Die halt so gegen sind und so. Ich bin in den fucking Müllkorn, oder? Ich bin in den Kaisenrahmen. 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 Kann ich Geld nehmen? Ja, meins. Das ist schön. Ah, komm herr! Ah, schön herr! Ah, schön herr! Cool. Ah, tier 1,5,5,5kg, daungee nahm. Ooh. Green epist. Ich bin ein Rumpf! Geist auf die Ohren! 1,2,3,4! 9,5! 1,4,4,5! 1,2,4,5,5! 1,2,4,5,6,6,7,7! 1,2,4,5,6,6,7,7,8! Wasp! NIEIN! NIEIN! 5 Meter! GOOOOOOOL! NIEIN! NIEIN! Ah, sehr gut! Sehr, sehr gut! Ganz zu viel! Tschüss! Ich muss den Ball da befreien, damit die Halterung runter geht. Also ich demonstriere das mal, wie es nicht geht. Ja! Du müsstest da irgendwie runterkommen, aber ich glaube... Nein, das will ich gar nicht! Ja, jetzt gewinnt Nico! Und jetzt auf dir! Ich bin jetzt nie noch! Jetzt bin ich getrickt! Wobei ich glaube, jetzt kommt das Ding nicht mehr weit genug runter. Doch, mach mal! Darf ich nicht, dass das so getriggert? Ne, siehst du? 200 Yen! Wir teilen uns den auch! Das ist aber so auf gedacht! Das ist halt auch... Komm, letzter Versuch! Ich muss weit genug nach rechts! So! Nein! Nein, nein! Ich glaube, das ist gut! Vertrauen mir! Nico! Du brauchst das Ding jetzt nicht mehr! Mein Polizeiauto! Mein Put-Put! Gut, das waren jetzt 15 Euro! Das hat sich nicht gelohnt! Das hat sich nicht gelohnt!